Die Mini-Hilfen, die zum Vorschein kommen, wenn man mit dem Maus-Pfeil auf ein Panel-Objekt zeigt, zum Beispiel hier Webbrowser im Web-Surfen, kann man wie folgt abschalten. Man klickt auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, macht einen Doppelklick auf Ups, anschließend auf Panel, Global und entfernt das Häkchen beim Schlüssel Tooltips Enabled. Und das war es auch schon. Es kommen keine Mini-Hilfen mehr zum Vorschein.